Oh Gott, ist das unscharf! Also ruhige Hand habe ich nicht. Nimm ich die jetzt mal offen? Ja, nimm mal die offen, dann kannst du ja nochmal zurückkommen. Ich weiß nicht, ob das sind wir schon da. Das ist die Leitung, das ist die Leitung. Dann kannst du ja dann nochmal hier zurück. Ja! Ja, das sind sie auch, die haben gewonnen. Ja, die haben gewonnen! Da ist der Pippe, der das hat ja gerettet. Mit der nehme ich das da eingelaufen.